Ihre nächsten Anschlüsse RB1 nach Frankfurt-Rudern über Fürstenwalde, Abfahrt 17.18 Uhr, von Gleis 12, EC 248, nach Lüneburg über Berlin-Spandau, Abfahrt 17.09 Uhr, heute circa 10 Minuten später, von Gleis 14, RB 14, nach Berlin-Schönefeld-Druckhafen, über Berlin-Ostbahnhof, Abfahrt 17.10 Uhr, heute circa 10 Minuten später, von Gleis 12, RB 7, nach Berlin-Zorogischer Garten, Abfahrt 17.21 Uhr, von Gleis 14, Ihr nächsten Anschlüsse RB1 nach Frankfurt-Rudern über Fürstenwalde, Abfahrt 17.18 Uhr, von Gleis 12, EC 248, nach Lüneburg über Berlin-Spandau, Abfahrt 17.09 Uhr, Delayed today by about 10 minutes.